Ich hab richtig wilde gemacht. Wie findet ihr den Titel von dem Rennen? Troll. Ja? Finde ich ganz in meinem Genre. Hey, warum hab ich keine Haare? Wenn ich wette, bist du ne Pussy? Ich hab keine Haare, lol. Ich weiß nicht mal, wie man schießt in dem Spiel. Weiß ich auch nicht. Das haben wir noch gar nicht, oder? Doch, im GTA-Rennen kannst du schießen. Du Wichser, ich bin Level 1, ich hab nicht mehr was hier. Ja, du sammelst das ein. Ich hab den Boost. Ah, Shit. Ey, Jungs, es geht nicht geradeaus. Geh weg. Sondern? Umdrehen, oder was? Umdrehen, ja? Ja. Ja, jetzt ab jetzt. Junge, es geht voll. Na, nein! Wie macht man das? Wie geht man nochmal neu? F, F, lang gedrückt. Oh Gott. Ja, ich stürze auch ab. Weil Kari mich runtergeschuckt hat. Alter. Der Hund. Ich häng, ich häng fest. Ja. Geht's hier? E, oder? Bro, was ist das für mit dem? Wie huckt man da nochmal? Auf E. Hör auf! Hör auf, Johnny! Du Hund, Alter! Hör auf! 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 Nein! Vielleicht hat's Johnny geschafft. Tja, du schafft. Oh nein, ich bin auf der Falschzeit gefahren. Ja, okay, jetzt bin ich hier einfach jetzt. Wo muss man denn hin? Ich weiß es nicht, Mann! Warum hast du da, ist so ein Dreck? Ja, dicker, soll ich rennen fahren, wo ich schon gefahren bin, oder was? Das ist ja unfair. Ja, irgendwas anderes ist nicht so fuckig. Hey Johnny, wo bist du hin? Ich bin wieder gespawnt. Guck mal, wo ich bin. Ich glaube, hier geht's aber nicht weiter. Bist du links und lang? Nein, guck mal, wo ich bin. Oh Mann! Guck mal. Ah ja, ich glaube, das war ein falscher Weg. Hier geht's denn weiter. Aber da kommt man auch nicht rüber. Oh, du bist geschehen. Ich glaube, hier muss man rüber, wo ich bin. Ah, ich bin auch da. Bleibt ihr. Wartet auf mich. Ach ja? Oh Gott, ihr seid schon drüben. Hallo, Flo. Hi. Oh Gott. Hä, da kommt man ja gar nicht richtig hoch. Mit der Dreckskarre. Oh, dicker als ob. Ja, mit dem Auto kann man doch schießen, oder? Ja, ganz normal schießen. Achso, mit dem Auto an sich kannst du nicht schießen. Achso, okay. Wie wenn du bei manchen rennen kannst du so Zeugs einsammeln. Ja, so mit dem Auto an sich. Hey, Bro, ich hab den Jackpot verpasst. Ich bin drüber gejumped. Jackpot? Hast du den Jackpot verpasst? Ah, da ist ja direkt vor mir hier einer. Jungs, ich bin auf dem Weg, ja. Okay. Hallo. Hä, wie machst du das? Schmeißt du die ganze Zeit Granaten, oder was? Ja, hab Bombsies. Egal. Den Berg kommen wir ja fast nicht hoch. Ich bin über den Jackpot gesprungen. Ich hab ihn geschafft. Oh Gott. Hä? 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 Junge, hier bugts richtig. Wo seid ihr denn? Und da ist so ein Hummel im Boden. Wo seid ihr denn? Äh, Jungs, wir sind gefickt. Weil wir nicht hochkommen mit dem Ding. Mit dem K kommen wir in die Hand noch. Aber. Ah, ah, nein, nein, nein. Was hab ich denn nur für Page? Oh Mann. Oh Gott. Wenn du unsere Autos stehen siehst. Ja, Jungs, ich bin doch nicht mal anern. Ey, Junge. Johnny, sollen wir auf Flo warten? Nein. Okay. Wir müssen schnell machen, weil sonst... Ich bin, ich bin durch den Checkpoint durch, aber er hat es nicht genommen. Was für eine Scheiße. Du hast mich gebonnen. Ja. Wart auf mich. Oh, da kommt jemand angeflogen. Ah, jeffa. Ah, nicht hinter mir. Gut, ich dachte schon. Ach so, ne, ne. Ah, endlich habe ich den Checkpoint, Alter. Ah ja, ich bin ja nur eine entspannte Minute 38 hinter euch. Geil. Und ich werde ja gerade abgebombt. Aber ich versuche davon zu fahren. Ach, da kommt man nicht hoch. Ich sehe eure... Aua. Aua, scheiße. Was für eine... Oh Mann. Der will mich abbombten. Der will mich gebonnen haben. Was? Der will mich gebonnen haben. Nein, gehen sie weg. Weichen sie. Ey, da kommt man ja gar nicht hoch mit dem Auto. Boah, Junge, was ist das für eine LSD-Röhre? Äh... Hä? Hä? Wir müssen durch die Röhre, gell? Weil du wattest. Ich denke mal. Wir müssen dann durch die Röhre. Ach, ja. Ich bin jetzt auch aus dem Auto ausgestiegen. Was ist das? Fahr! Ich komme nicht weg! Warte, ich probier es. Hä, Karim, wie hast du bitte ein neues Auto... Wie fahrst du jetzt noch im Auto, wenn dein altes da steht? Ja, du kannst ja danach respawnen, wenn du dein Ding... Ja, aber dann geht dein Auto ja weg. Dein altes. Ja? Ach so, ja. Ach so, ja. Hier, wir müssen durchkommen übrigens. Hä? Muss dann die Röhre laufen? Muss man hier runter? Wo ist der nächste Checkpoint? Runter, ja. Und dann? Nein. Nein, 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 du kleiner... Jungs, ich will auch Spaß haben. Ich treffe mich. Bro. Ich treffe mich. Ich bin noch so weit hinten dran. Oh! Jerry, Jerry ist gestorben. Leider, ja. Jungs, jetzt hole ich auf. Hey, nein! Hör auf, lass uns die Röhre friedlich laufen. Lass uns friedlich laufen. Oh, ich nehm weh. Ja, warum muss man die Röhre laufen? Ja, warum da irgendwie mit dem Scheiß Auto nicht hochkommt? Stopp. Wir hätten die Motorräder nehmen sollen. Ja, wieso kommen wir mit dem Auto nicht hoch? Ich weiß nicht, ob man mit dem anderen hochkommt, aber mit dem Motorrad wäre safe gegangen. Oh, ihr Spaß, wir haben eure Autos da abgestellten. Ja, okay, wir haben verkackt. Wollen wir jetzt weiterkommen? Ja, doch, es geht irgendwie, glaube ich. Oder? Hast du sicher, dass der da oben ist? Nee, höher geht nicht. Doch, Mist. Ja, aber wurde es von GTA oder von irgendeinem Spaß zusammengestellt? Von dem Spast. Von dem Spast, aber das muss man doch bestimmt Probe fahren, oder? Ja, dann hat er halt bei der Probefahren was anderes genommen. Was willst du jetzt hier machen? Aha, ich bin der röhreige Wichser. Hä, wie? Tja, mitdenken. Mit dem Auto. Ja, mit dem, mit Johnnys Auto bin ich drin. Hast du ein anderes reingeschöpft? Nein. Bin einfach nebendran, ist doch so ein Dings, wo eingezäunt ist. Da bin ich hochgefahren und dann mitten reingesprungen. Oh, ich hab's auch geschafft. Der bleibt auch noch Erster. Oh scheiße, ist doch gepanzert, Mann, nein! Ist doch gepanzert. Oh, oh, oh! Oh, fuck! Ey, ich seh nix. Nein, ich steck fest. Wie am Anfang. Ah gut, nein doch nicht. Oh nein, du wirst den ganzen Schmutz nochmal machen. Ja! Wo ist Johnny? Bin unten. Oh, fuck! Zu viel Pace! Sieh, das ist mir vorhin auch passiert und du hast mich Plep genannt, du. Plep. Oh! Nimmst du auch runter? Nein! Junge, ich komm nicht mehr hoch. Tja. Dann kommt Johnny. Der ist noch gar nicht... Bist du in der Röhre? Oh! Mann! Nein! Das geht nicht. Ah, bist du in der Röhre? Ja, leider. Ah, okay. Dann fahren wir mal weiter, okay? Oh, ich bin da irgendwie runtergefallen. Digger. Ja! Scheiße, ich hab zu Johnny geschaut und bin einfach freckgefahren. Ah, jetzt bin ich hier. Mann, jetzt hab ich wieder mein Auto. Oh, jetzt stürmt Kari mit dem Sieg vorbei. Äh, davon. Nur weil ich gesagt habe, wie man da durch vorkommt. Gäh. So eine Frechheit. 31er-Taktik. Oh, 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 oh! Ich sollte nach vorne schauen. Ich sag, wie es geht. Nein! Ich hab den scheiß Checkpoint schon wieder verkackt. Ey, Digga, wieso musst du dann zu weit fahren? Das sind andere Checkpoints in der zweiten Runde, gell? Ja, sind's echt. Ich steh im Wasser. Ich hab ein Glück, dass ich schwimmen kann. Ich hab ein Glück, dass ich schwimmen kann. Ich hab ein Glück, dass ich schwimmen kann. Ich hab ein Glück, dass ich schwimmen kann, gell? Ja, Digga, ich dachte eigentlich, dass es... Okay, wir sind noch in der ersten Runde. Hell's up. Doch. Never. Oh Gott. Ich hab doch keinen Bock, das nochmal zu machen. Ja. Das willst du machen. Aber jetzt kennen wir es ja wenigstens. Oh, wow. Genau. Hören Sie auf damit, Johnny, oder ich schieß Sie ab. Wie Sie Arsch. Was, was willst du? Hallo? Hallo? Ja, dann geh weg. Ich hab's gar nicht gemacht. Hören Sie auf, mich da rauszunehmen. Wie Hund. Wo seid ihr zwei? Wir sind bei unseren Autos. Immer noch. Ja, Johnny, viel Spaß beim Röhre hochlaufen. Jawohl, was musst du denn machen? Ja, wieder hochfahren. Achso. Ey, das ist so ein Fick, Junge. Man muss hier 20 Mal diesen Scheiß. Nein! Ich bin daneben. Bruh, bruh, bruh. Kommt davon, wenn man andere einfach abschießt. Du hast mich aus dem Auto gezogen, Mann. Das ist... Das ist aber nur ein Prank. Ich sah aus wie Meister Propper, ja. Nein! Kommt davon, wenn man aussieht wie Meister Propper. Warum hab ich das eigentlich nicht gemacht, Alter? Du hast meine Haare mitgemacht. Aber ich hab's schon wieder nicht geschafft. Ich hab's schon wieder nicht geschafft. Nix da. Du bist noch mal, Alter. Du bist nicht aus den Kajus. Nein. Nicht in diesem Stühl. Nein! Wieso hab ich das vorhin das erste Mal geschafft und jetzt nicht? Weil du ein Lala bist. Jetzt, ich bin drin. Endlich. Schön. That's what he said. Komm gleich aus der Wau raus, ja? Sagt mein Kot auch jeden Tag. Du musst dann aber... Du musst dann aber nochmal da runter... Also du musst das Ding zweimal fahren. Wie meinsch? Wie meinsch zweimal fahren? Was muss ich zweimal fahren? Drei Runden, oder was? Diese komische Rampe da. Weiß nicht, aber mein Auto fährt nicht mehr so richtig. Und jetzt musst du die Rampe links holen. Nein! Oh Gott! Oh, bruh. Oh, runtergefallen. Nein, ich glaub ich muss die ganze Scheiß... Nein, das war nicht für extra. Fuck, ich muss nochmal am Strand fahren. Wer hat denn darauf Lust, Mann? Weiß nicht, ich dachte, das ist geiler. Nicht mal weiß der Propperd auf so... Boah, ich seh' dich Flo. Guck mal. Fuck, ich bin nicht reingekommen. Du hast veraimt. Guck mal, ich werf dir was feines runter. Kam's irgendwie in deiner Richtung oder so? Nee, das war irgendwo voll weit rechts. Aber warum ist da auch ein Hundehütte-Wunsch, wo man nicht ver... Hä, fahren? Johnny fährt auch nochmal? Johnny, wie sieht's bei dir aus? Ja, wie sieht's sehr stabil aus? Johnny ist bei mir unten. Mhm. In der Röhre, warum ich Johnny bei mir unten... Weil wir beide den Jackpot verpasst hab. Welchen denn? Ach so, ist ja auch weiter gesprungen. Johnny hat den verpasst. Ja, scheiße. Achtung! Code geht wieder aus dem Po-Loch raus. Alles klar. Perfekt gelandet, Alter. Und wo gestuelt eigentlich? Jetzt nicht runterfallen. Ich warte hier oben. Das Schnurzblatt. Und jetzt? Du nicht fallen hier oben. Fahr hier oben. Ja, hier oben ist eine tolle Angabe. Nein, fall nicht. Und jetzt musst du links fahren. Ja, ja. Mit Vollgas einfach den Jackpot von der Rampe nehmen. Boit. Mein Auto kommt doch nicht hoch. Doch. Du musst ja wahrscheinlich Eri spawnen. Nö, muss ich nicht. Nö, muss ich nicht. Nein. Oh, ich seh Johnny runterfallen. Ich will nicht mehr mitmachen. Ja, gut. In welcher Runde sind wir eigentlich? Eins. Jetzt in der zweiten. Johnny ist noch in der ersten. Wie viele Runden gibt's denn? Zwei. Nein. Aber ich mein, wenn Karim und ich jetzt beenden, dann bist du noch 30 Sekunden alleine da. Aber wir müssen halt auch noch zwei Runden fahren. Das ist halt die Scheiße. Ne, eine noch oder? Du Ender. Ja. Ja, aber man muss ja dann nochmal hoch und dann nochmal runter. Und dann nochmal raus. Es waren zwölf Haftbond und guck mal, was für eine Mini Explosion das war. Ich hab die Explosion auch nicht gesehen. Na, der schnorrn ich meinen Scheiß. Oh. Du Arschloch. Bist du runter? Ja. Junge, Alter. Was ist das wieder für eine Lache? Alter, ist ja nicht mehr lustig. Ich glaube, ich geh dann kurz raus mit den Haaren. Johnny, wie läuft's bei dir? Nein, nein. Nein, nicht raus. Oder egal. Weiß nicht, wieso dann nicht. Wieso sollst du rausgehen? Dann kann ich mir wenigstens mal Haare machen. Was? Man braucht keine Haare, Johnny. Jock Harimann. Bei dem wachsen auch keine Haare. Kopf. Äh, Gesicht. Äh, doch. Baby hat das Spiel verlassen. Oh, schwach. Jetzt wollen wir dann auch quitten, oder willst du es noch zu Ende fahren? Ganz ehrlich? Wir schaffen das. Was? Warum steht da ein Auto von mir? Ja, aber vorhin musstest du es sogar noch hochtreten. Oh, nein! Nein! Was ist passiert? Nein! Was ist? Nein!